Ganzjahrestourismus am Vogtlandmeer geplant. Der bisherige Naturfreibad-Funktionsbau nahe dem Gunzenberg soll nach der Vision des Zweckverbands Talsperre Pöhl weichen und ein 12 Millionen Euro teurer Erlebnisbau entstehen. Bei einem Treffen wurde eine mögliche Unterstützung durch den Freistaat im Rahmen des Masterplans Tourismus Sachsen besprochen. Also, dass du hier wirklich super gut Urlaub machen kannst. Mehr zum Ganzjahrestourismus an der Talsperre Pöhl sehen Sie jetzt. VTV, das Nachrichtenmagazin im Vogtland. Landrat- und Talsperrenzweckverbandsvorsitzender Thomas Hennig hat kürzlich zusammen mit Verbandsgeschäftsführerin Elisabeth Blümelfuchs die sächsische Staatsministerin für Kultur und Tourismus Barbara Klepsch zu einer Dampferrunde auf der Talsperre Pöhl empfangen. Wir hatten die Staatsministerin eingeladen, um sie zu sensibilisieren für unsere Vorhaben, die wir haben. Als erstes diese Abwasserleitung, die wir brauchen, um einen Ganzjahrestourismus vorzubereiten, um auch die Saison zu verlängern bei uns hier an der schönen Talsperre und natürlich die Mittelfristplanung mit einem neuen Gebäude hier an der Talsperre, wo wir vieles unter einem Dach betreiben könnten. Rund 400.000 Naherholungsgäste kamen im Jahr 2023. Sehr begeistert von der drittgrößten Talsperre im Freistaat zeigte sich die sächsische Staatsministerin für Kultur und Tourismus. Gute Nachrichten, tolle Fahrt, super Gespräch, ganz innovative Ideen. So, und jetzt arbeiten wir am Thema Ganzjahrestourismus gemeinsam weiter. Also ich finde, hier gibt es unglaublich viel Potenzial. Es ist zum einen sicherlich das Thema Camping spielt eine große Rolle. Das Thema Wandern, Radfahren spielt ja eine große Rolle. Die Talsperre Pöhl ist gut mit erschlossen, auch radtouristisch Angebote bereitzuhalten. Also ich halte hier schon noch ein großes Potenzial, was es gibt, um eben nicht nur im Sommer über Gäste anzulocken, sondern eben weit auch darüber hinaus in Richtung Herbst, ja vielleicht sogar Winter. So, und ich nehme natürlich mit, dass es einfach weitere Unterstützung braucht, auch finanzieller Art, um, und das ist die Grundvoraussetzung, wirklich die wassertechnische Erschließung einfach hier weiter voranzubringen. Unterstützung durch den Freistaat im Rahmen des sächsischen Masterplans Tourismus Sachsen erhofft sich Zweckverbandschefin Elisabeth Blümel-Fuchs. Wir haben wirklich voller Stolz unsere Entwicklung in den letzten Jahren vorgestellt und konnten damit auch überzeugen. Und die Gästezahlen im Bereich Camping sprechen für sich, aber auch die Tagesgäste sind in den letzten Jahren deutlich nach oben gegangen und mit diesem Rückenwind haben wir natürlich auch Selbstvertrauen gewonnen. Für uns als Zweckverband ist jetzt wirklich das Ziel in den nächsten drei Jahren, die Möglichkeiten für die Finanzierung der Abwassergeschichte so zu gestalten, dass wir hier ein ganzjahres Tourismus im Bereich Campingplatz Gunzenberg, Touristencampingplatz Gunzenberg, Wassersportzentrum und Schiffsanlegestelle realisieren können. Dazu wird es weiteren Kontakt geben, wie die Finanzierung und auch die Unterstützung vielleicht für den Freistaat aussehen kann, auch im Rahmen vom Ganzjahrestourismus. Und da gehe ich auf jeden Fall mit einem positiven Gefühl raus, perspektivisch die Vision, Erlebniszentrum an der Talsperre Pöhl werden wir im Auge behalten. Auch da hat es die Anregung gegeben, wie wir das weiterentwickeln könnten und das werden wir mitnehmen und gucken jetzt nach vorn. Reel jetzt Herzen kommentieren oder teilen. Mehr Nachrichten auf vokland-tv.de